UNTERTITELUNG W-F-W Was bedeutet der Scheiß? Veterans of Foreign Wars Gut, Soldaten fürchten nicht den Tod Du warst Soldat So wie wir alle Also verhalten wir uns auch so Wir haben das Gebiet abgegrenzt Und spielen nach unseren Regeln Das wird ein langsamer, qualvoller Tod Du als letzter Hör auf zu quatschen und komm her, du Wichser Beim ersten Fehler Spalte ich dir deinen Schädel Los geht's die Noch irgendjemand hier der in meine Bar kommen will? DOS 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 Untertitelung des ZDF, 2020